Kleiner Pescher Du nimmst doch gar nix ein Yo Leute was geht Jetzt kommen wir wieder am Start mit einem erneuten Live Commentary in MC5 Und Ja Leute ich probiere jetzt mal Eine Gebietsherrschaft was zu reißen Ok endlich So Leute Komm her du kleiner Pescher Du nimmst doch gar nix ein Du auch nicht Alter das ist mein Freund Geh weg mit deiner Nähe Du dreckiger So Da oben irgendwer Wir haben jetzt Irgendwas mit meiner Mann Der kommt da aussehen Okay Heute noch der Estelle Und den Schön gestillt So Kerze ist Wir müssen irgendwas einnehmen Kommt der Eben Bis jetzt Gebietsherrschaft verloren also bei Mir läuft zurzeit echt gut Auf jeden fall Früher habe ich einmal auch da gehabt da auch das sieht Niederlagequote zu Ich habe Nummer 4 Weil ich immer Teamkampf gespielt habe meine team als immer so scheiße war Da habe ich danach selber immer Augenkrebs gekriegt wie Sänger wie die gespielt haben So die haben wir nicht schon Die sind nicht schlecht Die haben schon fast die Hälfte von den Punkten Ich gehe zu C um Er geht zu B Das passt mir gut Dann hole ich mir den da kurz Dann habe ich einen Luftschlag Woher Ich weiß nicht Wo die sind Auf jeden Fall holen wir das C Alter Leute Was ist jetzt los gewesen Ich war rot wie eine Tomate Und der holt mich nicht Was für ein Schlappschwanz Das sieht man echt Das ist free to play geworden Es war einfach keiner zocken kann Jeder so schlecht Und Level 5 Oder sonstiges Und ich finde es einfach nur Hammer Es macht so viel Spaß Die Noobs zu zerstören So sind die Gegner Die Gegner Ich brauche frisch Fleisch Oh Sanzen Ja Ja Eine Nachricht Danke für die Information Headshot Nice Boah ich hasse diesen Nebeln Und diese Nachrichten Ich hasse beides Komm Irgendwann musste der Kommt da wieder Der hat keine Da ist auch noch Ich höre immer auf zum schießen Weil man denke Genau dann stirbt er Ich habe das Ich habe die Zeit nämlich schon so im Kopf Wie viele Schüsse ich für einen Gegner brauche Und das ist manchmal so So schlecht Also das ist nicht gut für mich Weil ich einfach Dann aufhört zu schießen Obwohl er nicht einmal gestorben ist Ein 14 zu 0 Wir legen gerne noch eine Runde trauen Wir sehen uns gerne Nächsten In der nächsten Partie Leute Und ja Bis gleich So Leute Wir sind jetzt Gebietsherrschaft auf Dächer Ich mache wieder Gebietsherrschaft Weil das Video nicht so lange gehen darf Oakage Mir geht Zwei Minuten Wenns Es geht Rund Ichown in ordnung und ich will euch dann halt voll spamer mit videos weil er nicht so lange wie das englische leute ist im basis kommst du sterben du schluckst du schluckst echt gerne habe ich das gefühl und ich hasse diesen nebel ich hasse ihn so sehr ich sieg dann hier jetzt haben wir zwei gebiete eingenommen jetzt gehen wir auf kills da irgendwo gespawnt ist bei c da oben da ist keiner ich laufe zumal zu c ganz riskant deutschland ganz frech wie viel gegner haben wir haben eine volle lobby schaut gut aus ohne bringt ehrlich gesagt sonst hätte er nicht sagen wird erst wie zum beispiel einer kann ja ganz nachvollziehen ehrlich gesagt weil hier hat noch nicht sehen wenn jeder gegner war hat richtig fügt nice bomber aber klar aussieht aber wir haben nummer a flagge wir müssen kurz eine einnämmen das wäre nice open rot in der tomate das kommt richtig schlecht das war ein gegner der hat mir mit anhalt gerückt ich bin einfach nicht direkt leute wenigstens kann jetzt darf double gehen wir wissen unbedingt was einnehmen leute kommt's go nehmen zu sein ihr gebieterschaft verloren wir müssen was einnehmen gas nimmst du sein den mann b ein können wir müssen jetzt zu a oder zu b ja den mann b ein das ist kurz den römer die frauen ist noch nicht da hat er sich verpasst ich hasse diesen nebel ja mich anbietet leute diese kackhaft minen gehen wir so auf die nudel ohne spaß jetzt ich hasse diesen nebel ich sehe kein schwein da ich sehe sie da irgendwie sieht ja nie was ich komme auf der märme klar bis beide sterben und da ist ja noch einer ah lol der ist oben ja alter probiert er nicht aber ich weiß nicht das bringt doch nichts leute wir müssen einnehmen kommt's go gas 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 ich will keine gebieterschaft verlieren so ok a sans wieder laufe kurz hin ich schaue mal wieder einer ich hasse diesen nebel so sehr das nicht sterben das ist unser team etwas mit der los oder oben das ist unsere ok leute ich hoffe es hat euch gefallen das video an 18 zu 2 exakt aus kommentaren bewertungen da wir sehen uns im nächsten video und ja es war es eigentlich ihr ich hoffe es hat euch gefallen und schaut auf jeden fall aber ein stil klan vorbei ich habe jetzt die 500 ausgeknackt und jetzt kennen sich ja viel leid noch nicht ein stil klan schaut auf jeden fall vorbei das ist ein youtube klan wo verschiedene videos von youtube kommen und ja auf jeden fall los kommentaren bewertungen da schaut bei twitter vorbei ich bin raus leute ciao